hallo hier ist der martin von moneybank ist das die dachsanalyse für freitag den 9.12.2022 und der donnerstag war ja zum nasepopeln da war nicht viel los das war ziemlich träge langwierig und nicht anders wie die ganzen letzten tage wir hatten aber darüber gesprochen mit dem neuen tief dass man genau hingucken sollte wie er sich vom neuen tief her weg bewegt wir hätten gesagt dass das im bereich um 14.200 14.180 markiert werden kann oder eben auch im bereich um 14.130 14.100 und wir haben es markiert in der 14.200 und wieder nach oben gezogen damit hat er jetzt von der tieffolge her hier drei tiefs stehen die sehr 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 flach aneinandergereiht sind und das macht ihn schon anfällig jetzt auch mal auf der oberseite insbesondere zum freitag eben mal eine deutlichere gegenbewegung auch zu zeigen also man sieht das häufig wenn der markt dann so dreimal probiert hat irgendwo unten auszubrechen und dann nimmst du einfach nicht an dann ist das wie wenn das oben probiert und oben nicht hinkriegt dann geht es erstmal wieder ein bisschen in die gegenseite und deswegen sollte man hier jetzt auch nicht ganz außer acht lassen dass der abwärtstrend seit dem letzten hoch was wir hatten ähm äh dann jetzt zum freitag auch gebrochen werden kann also er müsste jetzt direkt anliegen hier und da sollte man sehr vorsichtig sein die bänder die liegen sehr eng aneinander mir gefällt das tief was der donnerstag gemacht hat ehrlich gesagt nicht in meinen augen war das nicht üblich also nicht so wie unser dax das klassisch macht bevor er richtig losrennt im zweifel ist es dem dax aber egal wie ich das finde und deswegen sollte man jetzt hier aufpassen wenn der jetzt wirklich nach oben performt und anfängt zu schieben also gerade so auf einem freitag ich kenne wir haben glaube ich gestern drüber gesprochen video da haben wir weit nach links gescrollt und hier diese bereiche um 14.800 gesucht um euch zu erklären warum ihr eben hier aufpassen solltet wenn der sich hier unten hochdreht weil der dax das gerne auch mal macht dass er dann am freitag einfach die wochenkerze wieder grün zieht die eigentlich bis dahin relativ schwach war und ähm die vorlage hat er sich mit dem donnerstag auf jeden fall geschaffen auch wenn es persönlich für mich ähm nicht nach dem tief aussieht was so eine range auflösen kann um eine neue trend bewegung auszulösen aber ich würde mich deswegen dem freitag nicht in den weg stellen wenn der jetzt anfängt stärke zu zeigen dann hat es ihm vielleicht doch gereicht und dann ist das so und deswegen würde ich im dax insbesondere wenn der jetzt auch über 3 65 wieder geht über 400 geht eher dank chancen nach oben zu sprechen wieder rein in die 480 wieder rein in die 550 und dann eben auch weiter dann kann der auch am freitag noch auf 640 wenn er richtig durchdrückt ja das sollte man nicht unterschätzen das wird er wahrscheinlich nicht machen glaube ich auch nicht aber ich würde mich einfach nicht dagegen stellen die option ist da ja die technische option ist da dass er das macht und das sollte man im hinterkopf behalten nicht dass man dann anfängt wenn der jetzt hier aufwärtsgep rein macht und er fängt an nach oben zu drücken das sind alle short gegen knallen weil dann wird der bis tag sind wahrscheinlich direkt bis oben durchhalten na und tages schluss auf tages hochsetzen wochenkerze wieder grün drehen und dann wäre es auch nur eine ganz normale woche gewesen wie wir sie ganz oft schon im dax hatten aus der vergangenheit betrachtet naja und deswegen da einfach ein bisschen vorsicht ansonsten sollte der hier nicht über 3 65 kommen auch nicht über 400 kommen würde ich eher schon damit rechnen dass wir nochmal probieren das tief zu schrauben ich bin mir bloß nicht unschlüssig ob ich es jetzt tatsächlich schon am freitag sehen will oder ob mir das nicht vielleicht nächste woche besser gefallen wird das heißt wenn er einfach nur zur seite schiebt über den freitag ohne 3 65 400 nach oben zu verletzen ohne da unten neue tips rein zu stellen einfach nur zur seite schiebt dann würde das auf montag wunderschön passen und würde fast mehr sinn ergeben wie wenn das auf dem freitag macht wenn es auf dem freitag macht dann müsste wirklich bis tagesende durchfallen um danach sich attraktiv auf der oberseite zu machen aber freitag tief stechen und dann hoch das ganz selten dass das dann eine trendwende tief wird und von dort eine neue trend oder eine trendbewegung ausgelöst wird das wäre sehr ungewöhnlich das würde auf dem freitag nicht passen die freitag laufen entweder komplett quer zur seite durch oder wirklich trendstark bis tagesende in die einrichtungen diese angeschlagen haben und ja also der müsse wenn der sich richtig schwach zeigt zum freitag dann wird uns bestimmt unter 14.100 sogar den tag beenden und dann am montag nach oben anziehen ja das wäre eigentlich das wäre auch typisch dax so jetzt haben wir verschiedene versionen vorgetragen viele von euch kennen das wir machen das immer so der ein oder andere wird jetzt aber da sitzen weil er vielleicht neu bei uns ist und das nicht so kennt und sie sagen was soll ich denn jetzt handeln alter hoch runter seite das kann ich mir auch selber ausdenken ich würde den dachs wenn ich sag mal nicht mal 330 schafft also über 330 über 350 über 365 er würde für mich auf der long seite interessant ich würde glaube ich nicht dort short handeln wollen mich nicht dagegen stellen ich würde auch unsere lisa wenn die da lang will und er steht da drüber würde ich freigeben würde ich probieren würde ich mit handeln dass man sich aus einer möglichen aus möglichen trendbruch richtung gepkloß hier oben ist es überhaupt noch offen hier 55 oder was das da mal war dass man sich in die richtung probiert zu positionieren um da jetzt im rücklauf was mitzunehmen ich würde davon ausgehen dass er auch am nächsten woche dann wieder nach unten zurücksetzt so wie man das in der letzten woche gesehen haben aber ich würde mich oberhalb weil von 350 365 auf der langen seite orientieren und wenn wir hier klares eindrehen sehen würde ich vielleicht eher zum short greifen und mir das tief dann genauer angucken ich würde an dem neuen tief oder am letzten tief auch auf eine doppelboden gefahr hin mindestens ein teilverkauf machen wenn ich hier ein short hätte ja mindestens ein teilverkauf machen den rest liegen lassen und dann den einstand sichern für den fall macht dann wirklich hier bis tagesende auf tageschluss dass man da eben noch ein bisschen was mitnehmen kann ich würde da aber nicht empfehlen bis tages schluss auch tatsächlich zu halten sondern eher bis 20 uhr wenn diese freitage nach unten raus arbeiten sieht man das sehr sehr häufig dass anfängt 20 uhr dann das tagestief zu bilden und dann einfach nur ein bisschen zurückkommt ja das ist keine phänomenale umkehr mit neuen tages sondern einfach nur ein bisschen zurückkommt und einem so aus erinnerung hat man sich oder habe ich mich oft geärgert dass ich nicht einfach 20 uhr die position dazu geschlossen hatte weil dann doch deutlich noch mal ein bisschen zurückgekommen war das auf der unterseite ja ansonsten ist der bereich hier 14.130 14.100 zwei das sehr wichtig und um 365 400 und dann die ganzen zwischenziele 445 480 550 das sind alles so anlaufstation die er sich auf der oberseite schnappen kann ich glaube unter 350 ich weiß nicht ob ich fort handeln würde hätte ich nicht lust long wird ich auch nicht handeln wollen ich glaube es würde ich mir einfach klemmen nachher macht er hier so ein 330 230 range also zwischen 14.230 und 15 14.330 einfach so zur seite das liegt schon fast fast eher nah als das jetzt hier der richtige bruch kommt oder der am freitag hier richtigen tiefs bringt also ein bisschen ist einfach enttäuschend der donnerstag das hat nicht richtig geknallt unten und mir fehlt da mir fehlt einfach irgendwie was so dass wir jetzt sagen können ok go na go fort vielleicht bringt der triggert aus uns jetzt am donnerstag am freitag nach oben ein über 365 400 die tageskerze wird es rechtfertigen also guckt euch das an und eure tagesband abgeholt könnte mal wieder ins obere band reinlaufen das ist schon oberhalb der tageskerze long zu suchen ist nicht verkehrt ja auch auf basis dessen hier aber unterhalb wird es dann halt auch kritisch wenn dann tagesschluss kerze unterm band das wird richtig heiße situation also das hätte auch seinen charme ja und uns geht es ja nicht darum dass wir zu 100 prozent prognostizieren was passiert morgen sondern dass wir szenarien aufstellen in denen wir uns vorbereiten wie bestimmte situationen verlaufen wenn sie denn eintreffen er hat damit wir eben nicht wenn der markt unter der 200 drunter steht unter 14.200 plötzlich anfangen long zu handeln weil wir der meinung sind das muss jetzt alles wieder umkehren sondern weil wir wissen das kann dann auch eine schöne fette rote tageskerze bis tagesende werden richten uns damit ein und auch nicht über 300 an gravieren groß mit shorts neu probieren aufzubauen obwohl wir doch sehen dass der hier deutliches auftritt potenzial fast sogar wieder bis ans hoch hin hat und deswegen stellen wir die szenarien auf um einfach im tag wenn wir dann sehen in den ersten 1 2 stunden okay dann wird jetzt schwach der handelt jetzt stark der eiert nur zur seite rum dass wir dann wissen okay das kann ich dann jetzt erwarten bis dahin kann das gehen dort kann es reagieren dort sollte ich vielleicht was rausnehmen das sinn und zweck der analyse nicht aber zu sagen ob es morgen steigt fällt oder wie auch immer sondern einfach dass man eine gewisse ein gewisses muster ableiten kann ein bewegungs muster ableiten kann anhand dessen was er uns dann morgen präsentiert damit man eben weiß wie wo wann wohin gut damit würde ich das video hier zu machen wünsche euch viel erfolg gutes gelingen zum freitag die webinar leute am sehen wir am sonntag zehn bis zwölf und alle anderen hören mich am sonntag wieder fürs video zum montag bis hin tschüss